hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge und heute mal keine gameboy folge ja montags kommt ja normalerweise irgendwie gameboy stuff aber die jungs von der zockbox haben mich angeschrieben und haben mich gefragt ob ich gerne eine zum testen haben möchte und sie wollten eigentlich nur ganz gerne dass sie da ein unboxing video draus mache und ich dachte mir warum nicht euch interessiert das ganze vielleicht auch vorweg möchte ich ein paar sachen zu der zockbox sagen also die zockbox ist im prinzip so eine art loot box nur für retro spieler also ihr kennt wahrscheinlich diese diversen geek und nerd loot box wie zum beispiel von get digital es gibt die loot box es gibt auch die loot box die so klingt da bezahlt man halt einen gewissen betrag die boxen haben meistens irgendein thema man bekommt den einmal im monat zugeschickt da ist dann meistens irgendwie so stuff drin sagen wir mal die kosten 30 euro supima daumen und da ist halt kram für 50 euro drin da ist meistens auch ein t-shirt dabei und so weiter also dafür dass man diesen preislichen vorteil bekommt hat man halt den nachteil dass man nicht weiß was da drin ist und im zweifel ist natürlich die hälfte irgendwie ein mist und das könnt ihr hier auch mit der zockbox machen und zumindest sowas ähnliches ich habe mir mal die drei tarife aufgeschrieben ihr könnt entweder drei retro spiele zum preis von 32,99 vier spiele für den preis von 39,99 oder fünf spiele für den preis von 44,99 euch bestellen das ist jetzt die box mit drei spielen wenn ihr die bestellt dann könnt ihr da aber auch auswählen was für systeme ihr haben wollte mit dabei sind irgendwie so alle gängigen systeme so retro systeme also gameboy also ganze nintendo sachen playstation sega ist natürlich auch vertreten und so weiter also da könnt ihr wirklich euch das aussuchen was ihr bekommen möchtet ihr müsst allerdings mindestens zwei systeme immer angeben ja ich möchte kurz vorher was zu den erwartungen sagen und natürlich ich habe mir natürlich auch so ein paar gedanken zu der box gemacht wie ist die preisgestaltung und so weiter ein paar unboxings gab es ja schon auch auf anderen kanälen ich habe das so ein bisschen beobachtet fand das eigentlich sehr interessant das thema und habe mir wie gesagt gedanken dazu gemacht a wer ist die zielgruppe und b preislich also preislich natürlich muss ich von vornherein sagen die erwartung für diese box hätte jetzt 32,99 bezahlt so das ist der versand mit drin das heißt ihr könnt noch mal 56 euro versand darunter rechnen also ich um euch zu sagen was könnt ihr an spiele wert so ungefähr erwarten also wie gesagt 32,99 rechnen wir so ungefähr fünf euro sagen wir mal plus verpackung sechs euro an versandkosten runter sind wir schon irgendwo im mitte zwanziger bereich dann müssen die jungs natürlich dann auch noch das sind händler die müssen noch mehrwertsteuer drauf bezahlen wie das jetzt bei so lootboxen genau mit der mehrwertsteuer läuft weiß ich nicht ganz aber da wird wahrscheinlich im zweifel auch 19 prozent mehrwertsteuer drauf sein dann wollen die jungs natürlich auch noch was verdienen das heißt ihr dürft jetzt natürlich jetzt nicht mit der erwartung reingehen ich habe 32 euro oder ein bisschen mehr bezahlt also möchte ich jetzt auch spiele in diesem wert bekommen das dürft ihr natürlich auf keinen fall erwarten das erwarte ich persönlich jetzt auch nicht ich habe auch schon gesehen in anderen videos gab es schon eine diskussion über den wert und so weiter aber da ist es verständlich dass natürlich nicht mehr ansatzweise sowas drin ist ich erwarte jetzt auch nicht dass jetzt spiele wie typ wird oder irgendwie sowas drin sind weil so doof wenn die jungs auch nicht sein wie gesagt die wollen natürlich auch geld verdienen dann ist natürlich die frage für wen ist so eine lootbox also für meine ansicht nach ist so lootbox perfekt für einsteiger in das genre ja quasi gedacht ich kenne wahrscheinlich alle das gefühl man geht auf irgendeiner börse oder guckt bei ebay ein bisschen rum und stolpert über irgendein spiel und findet das interessant und kauft sich dann und genau das ist ja auch so also für für leute wie mich zum beispiel ich habe jetzt gameboy mäßig gesehen habe ich so 160 170 module die wahrscheinlichkeit natürlich dass jetzt hier ein gameboy modul drin ist was ich persönlich noch nicht habe ist natürlich relativ gering aber natürlich wenn jetzt ein anderes system anfängt oder grundsätzlich mit dem sammeln anfängt finde ich diese idee gar nicht mal so verkehrt wie gesagt ihr zahlt natürlich keinen schnäppchenpreis aber ihr kriegt so eine kleine wundertüte und diesen faktor darf man natürlich auch nicht vergessen ihr kriegt so eine kleine wundertüte nach hause geliefert man weiß nicht was drin ist und so weiter ja das sind vorweg meine gedanken zu der lootbox einmal zu dem was man jetzt preislich erwarten kann und bin natürlich für wen ist die box geeignet ich habe mir drei systeme ausgesucht einmal gameboy einmal super nintendo einmal gamegear und ich würde sagen ich bin schon ganz gespannt was da drin ist ich habe da selber noch nicht reingeschaut aber ich würde sagen ich öffne mal die box ich habe natürlich schon aufgeschnitten deswegen so als erstes haben wir drin das natürlich den flyer natürlich wo noch mal drin steht was es ist aber die zockbox wunderbar und ich werde das hier mal so blind mäßig machen hier haben wir das gamegear spiel auch wenn ich jetzt überrascht sogar in der hülle auf jeden fall ich muss sagen nämlich jetzt gerade überrascht ich weiß jetzt nicht ob das das normaler zustand ist also bin ich jetzt gerade echt überrascht also sagt mit der hülle dabei ich erwarte eigentlich eher lose module aber wenn ihr euch die hülle hier mal anguckt ich gucke mal ob man fokussieren schafft die sieht wirklich super aus und in das spiel dazu wir haben shinobi 2 zustand ist wirklich eins da muss ich gerade sagen da mich jetzt gerade überrascht ich habe es nicht so einen guten zustand erwartet muss ich sagen ich weiß natürlich jetzt nicht die haben jetzt die box für mich gepackt sie wussten natürlich dass ich ein video draus mache man weiß natürlich nicht ob sie jetzt extra die schönsten sachen rausgesucht haben aber wenn das der zustand ist also da sind meine standards auf jeden fall geringer ich werde dann auch gerne mal video sachen oben einblenden ich bin mir gerade sicher genau das spiel habe ich leider schon aber das ist natürlich für irgendwie tausch oder sowas ist das nicht verkehrt und es ist auf jeden fall ein upgrade zu dem modul was ich habe also hier schon mal eine feine sache auf jeden fall shinobi sollte eigentlich jedem bekannt sein so große sega serie plattformer mit linien geht immer würde ich sagen sehr sehr schön ich habe das spiel ist aber es ganz akut ist nicht so super mäßig im kopf aber ich würde sagen bevor hier groß gelabert wird sagt das müsste das super nintendo spiel sein so kommen die übrigens verpackte alles schön in papier eingeschlagen und geschützt dann wollen wir mal gucken was wir hier drin haben so ein klassiker natürlich einmal star wing amerika natürlich und das darf fox bekannt vom zustand her auch hier ihr seht es wahrscheinlich selber ist in ordnung ist es natürlich jetzt nicht die super spitzen 1a erhaltung aber natürlich guter zustand nicht schlecht auf jeden fall wie gesagt meine meine maßstäbe für irgendwelche spiele sind natürlich nicht ganz so hoch angelegt für mich ist es immer wichtig das spiel muss funktionieren und das cover muss einigermaßen gut aussehen das heißt es darf jetzt nicht wie komplett fehlen das wäre sowieso nichts aber es darf jetzt auch nicht komplett ausgeglichen sein und so weiter weil ich halt eher der spieler und nicht unbedingt dieser große sammler bin ja star wing kann man nichts mit falsch machen kennt ihr alle habe ich auch schon mal ein video zugemacht ist halt mit diesem super fx chip damals richtig gehypt worden und ja ist natürlich so gealtert würde ich mal sagen aber es ist natürlich ein großer kult titel schön dass der dabei ist auf jeden fall und dann würde ich sagen dann fehlt noch das gameboy spiel und ich glaube das ist hier drin verpackt auf jeden fall dann gucken wir mal was da drin ist schönes so auch hier ist die hülle dabei sehr schön und vielleicht ob ihr es sehen könnt oder nicht ein wunder wunder wunderbares spiel und zwar deiner blaster sehr schön also auch hier seht ihr das modul ist eigentlich einen sehr guten zustand also da habe ich auf auf irgendwelchen börsen und so weiter schon module in einem schlechteren zustand auf jeden fall gekauft ich hoffe das passt so mit dem nicht so ja das ist noch mal ein bisschen rein ist auf jedenfalls ein feines feines spiel ist ja im prinzip ist das ja bomber man hat so ein cineplayer modus und so weiter ist auf jeden fall auch ein sehr sehr schönes spiel auf jeden fall ja ich würde sagen ich habe jetzt natürlich jetzt die ganzen einzelnen spiele preise habe ich jetzt nicht im kopf aber wie gesagt mit dem was ich vorher gesagt habe kommen wir denke ich mal einigermaßen denn auf so einen entsprechenden wert hin auf das was ich erwartet habe ich wie gesagt mit den preisen boah ich habe die überhaupt nicht im kopf wenn ich spiele einmal gekauft habe oder ähnliches ich entscheide das ja auch oft so aus dem bauch heraus ob jeder spiel das wert ist aber jedenfalls eine sehr schöne spielewahl Auswahl ist auch nichts mehr im karton drin sehe ich gerade ja an dieser stelle wie gesagt nochmal an die beiden jungs von der zockbox vielen vielen dank dass ihr mir das geschickt habt und wie gesagt ich verlinke euch natürlich unten die seite und so weiter wo ich euch mal selber ein bild drüber machen könnt und bedenkt dran was ich vorher gesagt habe für wen diese boxen meiner meinung nach etwas sind und ja wenn es euch gefällt dann könnt ihr natürlich da auch gerne diese boxen abonnieren und ansonsten habt ihr mal gesehen was da so euch pi mal daumen auf jeden fall erwartet ich bin von dem zustand der modulen muss ich ehrlich gesagt sagen positiv überrascht und der rest ist im prinzip so wie erwartet auf jeden fall also danke dass ihr reingeschaltet habt ich hoffe euch hat dieses kleine unboxing gefallen und ich hoffe wir sehen oder hören uns beim nächsten mal macht's gut bis dann 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 bis